Wisst ihr was? Wir haben das Gemüse der Zukunft entdeckt. Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Ja, warum glauben wir, dass wir das Gemüse der Zukunft entdeckt haben? Weil diese Pflanze sehr leicht zu ziehen ist und pro Pflanze kann sie 250 Früchte hervorbringen. Und wie die Pflanze jetzt heißt? Es ist die Chaiote. Man nennt sie mit dem wissenschaftlichen Namen auch Sechium edule. Ich hoffe, so spricht man es aus. Umgangssprachlich kennt ihr sie vielleicht unter Gemüsebirne, denn sie ist ja schön grün und hat eine birnenförmige Form. Sie wird in weiten Teilen Amerikas und Südostasien intensiv angebaut. Sie liebt die Wärme und sie besitzt wertvolle Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren und Antioxidantien. Obendrein ist sie noch kalorienarm, denn sie hat einen hohen Wassergehalt, wie zum Beispiel die Gurke. Und sie schmeckt auch wie Gurke, Zucchini, ein bisschen vielleicht noch Kohlrabi. Sie ist sehr knackig, saftig und richtig frisch. Ihr müsst nur eigentlich beim Schälen aufpassen, denn unter der Schale ist so ein klebriger Saft und der haftet sehr an der Hand. Bevor ihr die Chaiote schält, gebt ein bisschen Öl auf die Handinnenflächen und dann ist das kein Problem. Oder ihr schält die Chaiote unter fließendem Wasser, dann ist das auch kein Problem. Und sie ist so vielseitig in der Küche verwendbar, man kann sie kochen, dünsten, braten oder roh essen. In einem Salat, wie ihr eben das möchtet. Und von der Pflanze, von der Chaiote kann man eigentlich alles essen. Die Blätter, die Ranken, die Wurzeln und natürlich die Chaiote. Und die Chaiote hat ja innen einen Kern und sogar den kann man essen, der schmeckt so richtig nussig. Die Chaiote gehörte eigentlich zu den Kürbisgewächsen und sie ist eine so kräftige Rangpflanze, sie bildet bis zu 12 bis 15 Zentimeter lange Ranken. Ja, und wie baut man jetzt so eine Chaiote an? Ganz einfach, man braucht eigentlich nur die Frucht dazu. Denn einen Samen gibt es glaube ich nicht, also ich weiß nichts davon. Und ich hole mir die Chaiote im März aus dem Keller. Dann lege ich sie in die Küche, da hat sie schön warm. Man kann sie auch finster legen, also sie braucht nicht einmal Licht zum Keimen. Und dann bildet sich hier am Ende der Frucht so eine Öffnung. Und dann kommt oben der Spross heraus und unten dann die Wurzeln. Und diese Chaiote kommt in einen Topf, aber nur bis zur Hälfte wird sie eingegraben. Und dann wird sie warmgestellt, mindestens 20 bis 25 Grad. Und nur mäßig gegossen, denn zu feucht darf man sie nicht halten, denn dann fängt sie leicht an zu faulen. Ja, jetzt ist die Chaiote eingepflanzt, wirklich nur bis zur Hälfte. Und jetzt kommt sie an einen warmen Platz, mindestens 20 bis 25 Grad. Und dann bildet sich hier eine schöne Ranke, wie zum Beispiel bei dieser Chaiote. Die habe ich schon vor etlichen Wochen hier eingepflanzt, weil die Chaiote in der Küche schon wirklich schöne Triebe gebildet hat. Die könnte ich jetzt hier oben kappen, weil ich kann sie erst Mitte Mai ins Freie setzen, wenn es wirklich schön warm ist und keine Fröste mehr zu erwarten sind. Denn sie sind wirklich sehr wärmeliebend. Wenn ich dann die Chaiote Mitte Mai ins Freie pflanze, dann setze ich sie auch nicht tiefer, wie sie hier im Topf gestanden ist. Also die Hälfte schaut eigentlich wieder heraus. Und damit habe ich super Erfahrungen gemacht. Und jetzt müsst ihr wirklich ein wenig Geduld haben, denn die Chaiote braucht sehr, sehr lange, bis sie so richtig durchstattet. Sie fängt eigentlich so richtig zum Wachsen erst im Juli, Ende Juli an, dass man merkt, ja jetzt treibt sie richtig an. Und Ende August fängt sie erst zu blühen an und dann kommen aber gleich darauf die Früchte. Das geht dann eigentlich so schnell. Und wenn sich die kleinen Früchte gebildet haben, so Ende August, Anfang September, dann kann man fast beim Wachsen zuschauen. Das ist echt enorm. Die wachsen dann richtig zügig und schnell. Und hups, man kann sie schon essen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Chaiote eine starke Rangpflanze ist. Das bedeutet, sie braucht ein wirklich starkes Ranggerüst. Oder ich setze sie immer in der Nähe eines Baumes, da kann sie richtig hinaufklettern. Oder entlang eines Zauns. Das geht auch richtig gut. Aber wenn ihr ein Ranggerüst baut, dann muss es wirklich stabil sein. Denn es kommen so viele Früchte, dass das Ranggerüst die Früchte wirklich auch tragen kann. Sie kommt auch mit jedem Boden gut zurecht. Ihr müsst sie auch nicht extra düngen. Also ich dünge meine überhaupt nicht. Die kommen einfach in die Gartenerde, die ich eben habe. Ihr könnt sie auch mulchen. Dann bleibt die Feuchtigkeit schön erhalten. Und vom Gießen her, wenn es regnet, reicht es vollkommen aus. Also sie braucht nicht einmal so viel Wasser. Eher weniger wie zu viel. Und wenn die Früchte dann allmählich so faustgroß sind, könnt ihr sie schon ernten. Und das geht wirklich so schnell. Und das ist einfach so spannend, wenn man da zuschaut, wie schnell die eigentlich wachsen. Einfach herrlich. Ja, und ich habe meine Früchte im Vorjahr, Anfang November, mal gezählt, wie viel die Pflanze hervorgebracht hat. Denn die hat ja gerankt. Das war ja enorm. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was die eine Pflanze für eine Blattmasse hervorgebracht hat. Anfang November habe ich mal 120 Früchte gezählt. Und Ende November, Anfang Dezember, hat die eine Pflanze bis zu 250 Früchte hervorgebracht. Das war einfach der Wahnsinn. Wir haben sie müssen mit einer Leiter vom Baum runterernten. Und es war einfach ein Traum. Es hat wahrscheinlich das Wetter optimal gepasst, denn so viele Früchte habe ich überhaupt noch nie gehabt. Ich habe auch gleichzeitig eine Chaiote in einem Sack kultiviert. Das geht genauso. Also ihr könnt das am Balkon auch machen und am Balkongeländer herum ranken lassen. In dem Sack, also die Pflanze im Sack hat ungefähr so 40 Früchte hervorgebracht. Und von den Chaioten gibt es ja mehrere Sorten. Es gibt eine stachelige Art, eine stachelige Sorte, und ich muss sagen, die biegt enorm. Also die sind wirklich nicht gut zu schälen. Und dann gibt es auch welche, die total beharrt sind. Durch und durch mit Stacheln voll. Ja, und wie überwintert man jetzt so eine Chaiote? Ich gebe meine in den tiefen Keller. Da ist es, ja, man soll sie auch ganz dunkel lagern, um so zwischen 9 und 11 Grad. Und die Luftfeuchtigkeit sollte eher erhöht sein. Jetzt haben wir Mitte April und ich habe noch immer Chaioten im Keller. Und jetzt werden wir mal eine aufschneiden und schauen, ob die überhaupt noch genießbar sind. Denn von der Ernte bis jetzt sind eigentlich 5 Monate vergangen. Die Chaioten halten auch einige Wochen im Kühlschrank, wenn ihr keinen Keller habt. So, und jetzt werden wir so eine Chaiote auseinanderschneiden und schauen, ob die noch zu essen ist. Sie schaut eigentlich noch richtig schön aus. Nur der Kern, der wird wahrscheinlich schon zu hart sein. Ja, den würde ich nicht mehr essen, aber sonst kann man die Chaiote noch essen. Und sie riecht noch so richtig frisch, knackig und frisch. Und das ist ja ein Wahnsinn. Die Chaiote, jetzt muss man sich das einmal vorstellen, ich habe sie eigentlich ein halbes Jahr zu essen. Und genau in dieser Zeit, wo es draußen eigentlich nicht viel zu ernten gibt. Und das ist ja richtig toll. Und ich kann mir echt vorstellen, dass diese Frucht die Frucht der Zukunft wird. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eine Chaiote zu pflanzen, ihr bekommt sie vielleicht in Asialäden oder schaut einmal auf Pflanzenmärkten. Vielleicht hat schon irgendjemand diese Frucht angebaut und er verkauft sie. Bitte probiert sie aus. Sie ist wirklich so, wie soll man sagen, so spannend und so schön und so gut und so lecker und so einfach in der Kultur. Einfach herrlich. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.